Das ist keine Sterbemusik für mich reingenatzt. Herr Wälder, der schreibt, das heisst Endstrahl. Die Schmittler sind verschieden. So, also wie Sie sehen können, wir haben im Bereich der Sportfinanzier mit einem eigentlich ehemaligen Rolat, die ist ab dem April 2020 in Deutschland erhältlich, hat eine normale Straßenzulassung. Wie ich sage, es gibt hier verschiedene Versionen, die wir jetzt noch zum Abkern sehen. Jetzt kommen Sie auf den좌ischenplaatischen Weg, wo sie jetzt hier etwas Heiliges anbieten, die wir jetzt nicht haben, können Sie amts. Die Ichwissen, Herr Wälder, der Füster, der Füster ist noch nicht. Das ist die Skull, die wir heute 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 haben. Die Fahrtbahnhof, der Wälder der Wälder der Barsch. Wir haben es deshalb gemacht, damit Sie auch den Auftrittersatz der Supermoto sehen, es gibt eine gesamte Palette grün, also ein Schalter, das X ist irgendwie auch die 300er. Es gibt jetzt kein Automatik, das ich heute präsentieren darf, die Ultimate 850. XS Motor hat vor zwei, drei Jahren begonnen, das SSV zu präsentieren, über das SSV zu reden und wir haben es hin. Schaut euch jetzt das nahezu sehr hochwertige Fahrzeug an, wo gut achtet ist, macht euch euer Leifel alles aus und zurück rein, bitte fahrt nicht mit Gefahr. Und jetzt, habt ein bisschen Spaß. Genau, ich habe gleich noch eine Information bekommen, das Dach dreht und wir brauchen noch eine Bearbeitung, es gibt kein Widersystem. Was einfach von Besonderheiten gemacht wird. Vom Aufbau, hier eben, es brauchen wir quasi von dem Aufbau, wo wir liefern. Das Dach, der überwarten ist alles notiert, auch das Dach gehört zu der Innenstadt, das ist schon vorbei. Das Fahrzeug wird in Deutschland serienmäßig in einer Variante aufgeliefert, dass das Dach wie auch die Frontscheibe mitgeliefert wird. Und TV bei der in der Zeit, das ist wieder eine tiefe Fahrrader. Wie Sie sehen können, ein großes ADV, große Abmessungen, bitte Sie können ruhig näher gehen. Es ist noch ein Prototyp, wie gesagt, ist natürlich noch nicht zu 100% fertig. Auch hier wird serienmäßig ein Keyless System verbaut. Vorne hast du gesehen, magnetisches, ne? Ja. Ja. Das war sehr schön, aber nichts. Wir haben hier noch nicht zufrieden, ganz toll. Aber das gibt mir auch nicht zufrieden, dass die liebe Zeit und die liebe Zeit und die liebe Zeit und die�� otro ist, aber das gibt mir sehr viel zufrieden, ganz so viel zufrieden, denn jetzt in diesem Jahr nicht nur zufrieden. Wir wollen die genau aufdauern, jetzt auch wieder neu genießen. Bis jetzt, können Sie das mal zeigen. Jetzt sind wir gleich stark auf Stromschreiben. Vielen Dank.